Cool ist. Ne, wieder nur der normale, aber egal, den normalen will ich auch fangen. Die Jünger kann man immer gut gebrauchen, glaube ich. Zacka! Yes! So, gib mir irgendwas. Auch nicht. Okay, dann scheinen die hier noch gar nichts geben zu können. Und die Pilze will ich haben. Weil das sind auch, glaube ich, hier... Oh, ist da noch einer. Oh! Auch recht seltene Items anscheinend. Aber das, glaube ich, die ersten waren, die ich bisher bekommen habe. Ist nirgendwo noch einer? Oh, da sehen wir schon. Zack, 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 zack! So. Kommt keiner mehr? Gut. Dann wollen wir mal. Okay, wenn jetzt gibt es was, wenn du das Zack, 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 zack. Ist du bereit? Ja, bin ich. Wow! Jetzt kommen wir in irgendeine unterirdische Höhle. Wo uns direkt Gegner erwarten. Oh, vollö! Oh, vollö! Das ist nicht gut, wir sind mit in einem Kampf getaucht. Die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Egal, denen verpasse ich was. Au! Aber irgendwie auch nicht. Die haben zwar eine Menge zugehauen, aber... ...und wirklich Schaden haben die irgendwie nicht gemacht. Oh! Neue Attacke gelassen. Wundervoll! So, was mich jetzt mal schnell interessieren würde. Brauche ich den Dämonen-Steer eigentlich gar nicht? Mehr? Nö, den Tacke brauche ich gar nicht mehr. Das ist ja cool. Ich kann auf Level 5 bleiben. So. So holen wir einfach die Gegner nach oben einmal. Die geht natürlich in einer etwas verbesserten Form, wo man den noch wieder runterhaut. Aber... ...die lernt man leider erst sehr spät und... ...die kann ich halt hier in diesem Spiel nicht lernen. Och, komm! Da bin ich einmal wieder in dem... Oh, cool! Level 7. Kannst du aufladen. Schaut mal her. Aufladen. Und... Ach, komm! Dummes Vieh. Ich wollte es aufladen und zeigen, dass man sich damit auch drehen kann, während man sich auflädt. Boah, Junge, da bin ich froh, dass wir die besiegen konnten. Sieht nach einer Höhle aus. Ist sie unterirdisch? Ich denke, wir sollten weiterfahren. Okay. So, jetzt muss ich erstmal kurz was schauen. Äh, jetzt hab ich vergessen, was ich schaue. Äh, genau. Den Monsterschlag. Wofür brauche ich den? Auf Level 8 für die neue... ...Schüttelattacke. Level 14 lernt man halt das wieder mit dem Runterschlag. Das ist leider etwas doof, aber... Okay, auf Level 8 brauche ich den. So, und mir sollte, glaube ich, schon der erste Boss gleich kommen. Jo, da haben wir ihn noch. Was brauche ich? Äh. Ich brauche Schießpulver. Äh, nein, ich wollte nicht tauschen. Füttern wollte ich. Steine. Steine kriege ich eh hier mehr als genug. Das ist nicht das Problem. Das kann auch weg. Moment, wie viel brauchte ich? Hm, zwei unten und vier da oben. Gut, dann laufen wir mal zurück. Und holen uns unsere Punkte. Ich muss auf jeden Fall nochmal zurück zu Sunny, um eben mal ein bisschen Schießpulver herzustellen. So, immer um die abkürzen. So, Steine. Ja, das ist hier mehr als genug. So, auch weg. Auch weg. Vielleicht genug Steine. Ja, vielleicht. So, ich heute haben wir unser Schlag Level 2. Achso, ich habe den Boden erwischt. So, das jetzt auch. Und das ist auch weg. So, drei Steine brauchte ich, glaube ich. Jupp, dann kann ich die anderen sechs mal eben verfüttern. So, da von der hätten wir genug. Das wird auch was andere. Ich schaue mal, was ich noch auf dem Schiff habe. Vielleicht können wir mal mit den Sachen, die ich auf dem Schiff habe. Oh, ist der der Käfer? Ist der der Goldene Herkules-Käfer? Oh, 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 oh. Dich habe ich gesucht, mein Kleiner. Jawohl! Yes! Hey! Und du gibst mir was. Süßer Saft, perfekt. Zucker, was da? Und was noch? Heilbonbon. Und aus... Ah, jetzt geht die Bonbons herstellen damit. Das sind die stärkeren Heil-Items. So, jetzt muss ich mal schauen. Mit dem noch. Ah, jetzt tauchen auch hier die... Äh... Ey, ist ja gut. So. Halten wir uns hier mal ein bisschen. Was zum Teufel? Ist ja gut, Kollege. Was zum Teufel sollte das denn werden? Kommt dann einfach von hinten an gerade... Brrrrm. Haut mich einfach um. Brrrrm. So, ich brauche... Bambus. Eins. So, wir sammeln uns mal schnell den Bambus ein und hauen wieder ab. Ne, 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 du willst mich nicht. Lass mich die Ruhe. Ich brauche noch Bambus. Vielleicht noch ein paar Eier, aber sonst nur Bambus. Bambus gibt auch ganz gut, glaube ich. Auf die blauen Komponente. Äh, das ist ein Fass. So, und zurück zum Schiffen. Da, das ist dieses Aufladen und BAM. Moment, ich will euch damit treffen. BAM. Der Busch war vorher nicht da. Ja, goldes Ei. Ich kann mir meine Goldkomponente gerade so übel aufladen, aber ich habe sie noch nicht. Und warum sind da schon wieder für Geräusche? Den kann ich heute nicht einmal in Ruhe aufnehmen. Er ist mit mir hier in Tales of Symphonia rumgebohrt und jetzt... Was da auch immer da draußen getan wird bei One Piece. So, ähm, Medikamente, ich brauche Schießpulver. Jo, mitnehmen. Ah, ich kann noch gar nicht herstellen. Gut, kann ich hier irgendwas herstellen? Nö, kann ich hier irgendwas kochen? Ja, kann mir bitte kochen. Wer kriegt auch noch ganz viel davon? Äh, Lager. So, die Steine habe ich. Die Käfer kann ich mal lagern. Das Goldenei kann ich lagern. So, Flaumen kann ich mal lagern. Die Süßensaft kann ich lagern. So, füttern. Habe ich irgendwas? Oh, der Nektar. Und das ganze Kaktusfruchtfleisch. Was füttern? Und der Nektar. Eins, zwei, drei. So. Speichern. Und nicht zum Kaktusfrucht, sondern an Land. Jetzt dürfte ich beide Komponenten voll genug haben und alle Items, um da das umzuwandeln. Ja, ich kann es machen, wenn die Schrift blau ist, kann ich es. Ein bisschen Mehl abholen. Und laufen wir mal wieder zurück zum Wurst. Wer es wohl sein könnte. Und dann kommen wir mal wieder hier. Dann kann man so ein bisschen Angeber machen und das Ding einfach mal rumhauen. So, das Ding kann man mitnehmen. Und tschüss. So, von wo? Die Inge haben mich dann übel von hinten erwischt. Käfer da. Nein. Sie sind von hinten. Sie sind hinter mir. Komm. Danke. Yes. Ganz viel Goldkomponente. Obst du es versagt. Danke. So. Ja, ja. Da bleiben wir, wenn ihr wollt. Moment. Ich will die Geheimnispilze haben. Lass mich mal durch. Danke und tschüss. Oh, 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 oh. Das Geräusch habe ich gehört. Das war Gimmon. Schade. Ich habe mich leider weggelaufen. Oh, komm. Komm. Das Geräusch habe ich guerra. Also, also, ich kann Musiken auf dem halbessen. Das Geräusch habe ich gehört. Ich bin unvergründet. 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 Es geht alles wieder zurück. Packen wir mal rüber. Jetzt haben wir wieder Gegner auf. Nein. Aktivieren! Was passiert hier? Was ist das jetzt? Gabri! Der Herr ist! Gabri! Ich habe nicht gewonnen, oder? Ich habe nicht gewonnen. Geh weg mit dir. Noch mal eine schöne kleine Heilung. Die können wir doch einfach nicht in Ruhe lassen, oder? Oh, Level 7 schon. Ist da hinten noch was? Kann ich eigentlich hier wieder Gift einsaugen? Ne. Das Gift gibt es hier nicht, oder? Nicht mehr. Kann ich das da vorne endlich einsaugen? Auf den Staubsauger, den ich gerade habe. Ja! Oh, oh, oh. Zwei Türen. Äh, ja. Danke. Toppenwirkungsdrang. Oh, schön. Kann ich das Ding da kurz mal wieder rauskommen? Und... BAM! Na, schade. Nichts rausgekommen. Das war ja meine fiese Truhe. Mit dem Gift drin. So. Da hinten. Sprungen. Schritt, Schritt. So. Weg mit dir. Rutter gefallen? Äh, nur in Falschrichtung. Was? Cheater. Stress, oder was? Äh, ja. Was? Wieso triffst du mich von da unten aus und ich dich nicht? Stirb. Fick doch nicht immer so weit weg. Fick doch nicht. Fick doch nicht.